Laura, Larsson und ich testen unser Promi-Wissen. Ich hab keins. Ja, ich bin gespannt. Let's go, ich fang an. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ganz rechts ist Sina Gomez. Sina Gomez, stimmt. Etwa so wie in meinem Podcast. Ich hab einfach keine Ahnung, wer kommt und wer das ist. Okay. Next. Du drückst drauf. Auf den links hier, ne? Ja. Miley Cyrus und Drake. Das links, keine Ahnung, noch nie gesehen, im ganzen Leben nicht. Was ist das denn? Kennen wir nicht. Meine. Next. Aber er kennt uns auch nicht. Er kennt uns auch nicht, das ist gut. Jennifer Aniston? Oh man, ich kenn sie. Toll, Zau-Spielerin. Selma Leek, in der Mitte, andere Menschen, noch nie gesehen, im ganzen Leben nicht. Keine Ahnung. Okay, ja. Justin Bieber, Emma Stone. Emma Stone und sie heißt? Von Oliver Dale, kenn ich ihren Namen nicht. Aber sie ist gut, ne gute Schauspielerin. Auf jeden Fall. Leute. Die macht so ne Talkshow. Anne DeGeneres? Richtig gut, die mag ich. Keine Ahnung. Die aus der Schachserie, wo die Schach spielen. Naja, sowas guck ich nicht. Wer ist das denn, der Schnuckelige? Der Schnuckelig. Auch einer kennen wir noch nicht. Will er an sich noch kennen, ne? So. Oh, den find ich richtig hübsch. Schauspieler. Das ist genau mein Typ hier. Wer heißt der denn? Und alle so, seid ihr doof oder was? Ja, weiß ich jetzt aber nicht. Aber den find ich richtig sexy. Wirklich. Der ist super witzig. Aber, keine Ahnung. Und Quentin Tarantino. Hangover gespielt und, ah ja, stimmt. Wir sind richtig schlecht. Schlecht. Aber wir sind beide gleich schlecht. Das lachen alle. Und das ist der von Ted, der Schauspieler. Der macht so Psychofilme. Den mag ich gar nicht. Der hat so... Das ist Peaky Blinders in der Mitte. Der ist Psycho. Der hatten wir vorhin schon rechts. Immer noch nicht, Leute. Recht nicht. Ich find mal neue Menschen hier. Ja, es sind wieder die gleiche. Die kenn ich immer noch nicht. Und die kenn ich auch nicht. Ist das links die von Jess von... Ist das Gilmore Girls? Gilmore Girls? Nee. Wie heißt denn die Serie? Ja. New Girl, New Girl. New Girl, bestimmt, ja. Wer ist das denn? Der hat auch so Psychos gespielt. Und Terry Stiles rechts. Ja, immerhin. Wir waren richtig gut. Nee, wir waren richtig schlecht. Herr Dresa, haben wir dir ehrlich. Ja, ehrlich wäre... Wir haben gar nichts gewusst. Ich hätte ohne dich noch weniger gewusst. Aber deswegen bist du beim Podcast, weil du so viel weißt und so viel zu erzählen hast. Genau. Habt ihr echtes. J square. Ja. zwmail. Das war ja.